1,87 Meter groß, 24 Jahre. Jeffrey Chauweliou ist der neue Abwehrhühne beim FC Augsburg. Der Niederländer kam in der Winterpause von Azed Alkmaar, für den er noch gegen den FCA spielte, und zwar in der Europa League Gruppenphase. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Dieses Stadion und die tollen Fans, das ist schon ein ganz besonderer Verein. Als das Angebot vom FCA kam, da musste ich nicht überlegen, denn es war schon immer mal mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Ein Fragezeichen steht hinter der Aussprache seines Namens. Viele müssen sich noch an den Zungenbrecher gewöhnen. Gouweliou, Jeffrey. Jeffrey? Chauweli? Gouweliou, oder so, keine Ahnung. Gouweliou. Der Innenverteidiger will schnell Anschluss finden. In Alkmaar war Chauweliou als Kapitän eine Führungsfigur, und das will er auch in der Bundesliga sein. Meine neuen Mitspieler helfen mir, wo es geht. Besonders Paul Verhach erleichtert mir die Eingewöhnung. Er ist zurzeit mein Übersetzer. Aber natürlich will ich die deutsche Sprache lernen, damit ich meinem Team so schnell wie möglich helfen kann. Ich brauche zwar noch etwas Zeit, aber ich bin mir sicher, dass ich bald spielen werde. Und dafür steht er mit seinem Namen. Aber wie wird der denn nun korrekt ausgesprochen? Jeffrey Chauweliou, ein Name, den man sich merken sollte. Denn Chauweliou gilt als moderner Abwehrspieler mit gutem Passspiel und Offensivdrang. Seine neuen Teammitglieder hat er genauso schnell ins Herz geschlossen, wie seine neue Heimat. Augsburg ist eine sehr schöne Stadt. Nicht so groß, aber genau richtig. Ich freue mich jetzt besonders, weil meine Familie und ich endlich ein passendes Haus gefunden haben. Nächste Woche können wir mit dem Umzug beginnen und unsere Sachen aus Holland holen. Denn vier Wochen im Hotel wohnen ist irgendwann nicht mehr witzig. Jung, talentiert und zielstrebig. Jeffrey Chauweliou will mit dem FC Augsburg für Furore sorgen und die zuletzt stabile Abwehr noch weiter verbessern.